Mein Name ist Silvan Gemeinde. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der USR GmbH mit Sitz in Christbronn am Bodensee. Wir haben uns auf die Entsorgung und das Recycling von Sonderabfällen und Gefahrstoffen spezialisiert. Mit der Agentur Moonflake arbeiten wir bereits seit über sechs Jahren erfolgreich zusammen. Was mit dem Erstellen einer einfachen Unternehmens-Homepage begonnen hat, hat sich nun zur Full-Service-Agenturdienstleistung entwickelt. Es freut uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit der Agentur Moonflake bereits Früchte tritt. Dies zeigt sich durch neu gewonnene Kunden, dadurch gesteigerte Umsätze und auch neu gewonnene Mitarbeiter, die wir dank der Agentur Moonflake online gewinnen konnten. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und können die Agentur Moonflake nur wärmstens empfehlen.